Ja und diesmal suchen wir ein Zuhause für drei Wohnungskatzen, Mia, Mira und Mimi. Die drei warten hier im Dresdner Tierheim auf eine neue Familie. Die sind noch ein bisschen scheu, also eine sitzt da jetzt gerade drin. Wichtig ist, dass die drei zusammen vermittelt werden, weil die schon ihr ganzes Leben lang zusammen sind und eben auch zusammen sein möchten. Zwei, drei Jahre alt in etwa sind sie, reine Wohnungskatzen. Wenn man sich für die drei entscheidet, bekommt man ein Rundum-Sorglos-Paket. Die brauchen ein bisschen Zeit, um aufzutauen, aber sind wirklich ganz, ganz nett. Also wenn Sie drei tolle Katzenmädels suchen, Mia, Mira und Mimi, dann melden Sie sich im Dresdner Tierheim.